Ich studierte Brainiacs Blut und passte mein Angstgas an seine Alienbiologie an. So gewann ich Kontrolle über seinen zerröteten Geist und damit auch sein Schiff. Ich untersuchte Brainiacs riesige Sammlung und erkannte schnell, dass sie eine einmalige Studienmöglichkeit bot. Milliarden Spezies von Millionen Welten, jede mit ihren eigenen Phobien und Ängsten. Das Schädelschiff ist nun mein Laboratorium. Es gleitet durch unendliche Weiten, während die Studienobjekte ihren schlimmsten Albträumen ausgesetzt sind. Mit jeder Untersuchung wächst mein Wissen. Es könnte Jahrzehnte dauern, aber ich werde der größte Meister der Angst des Universums sein.